Musik Ausschließlich für Ausflugsfahrten wurden 1935-1936 zwei elektrische Triebwagen von der Wackonfabrik Fuchs und der AEG auf die Gleise gestellt. Das Besondere ist die Rundumverglasung, die auch den Dachbereich einbezieht. Nüchtern werden die Triebwagen als elektrische Aussichtswagen bezeichnet, später dann als ET-91. Der 02 wird im Zweiten Weltkrieg zerstört. Der 01 wird bei der Bundesbahn wieder in Betrieb genommen. Er begeistert seine Fahrgäste bei unzähligen Reisen bis zu einem schweren Unfall im Jahre 1995. Der Schaden kommt einem Totalschaden gleich. Einen Wiederaufbau gibt es bisher nicht. In alten Filmen spielt der gläserne Zug oft eine Hauptrolle. Auch aus den letzten Betriebsjahren gibt es viele Filmszenen. Wir haben recherchiert und viele Beiträge gefunden. Auch im eigenen Archiv sind wir fündig geworden. Heute steht der ET-9101 im Bahnpark Augsburg. Die Dieselversion, den VT90, haben wir natürlich nicht vergessen. Laufzeit 58 Minuten. Laufzeit 57 Minuten. Laufzeit 58 Minuten. Laufzeit 58 Minuten. Danach 59 Minuten. Bis zum nächsten Mal.